ich halte bloß noch nicht genug Eier als mir zu sagen dass ich schon tot bin nein nein der Tod hat verkennt es dir zu sagen dass du tot bist ja tot mach mal Linde mach deinen verfickten Job alter ich bin Anime Jenseits Anime und Gamer Jenseits bitte mit vielen Frauen danke ne Klischee Gamer weißt du RTL und so Alter wo bin ich denn jetzt gelandet mir das Bein immer noch fack dich oh toll hier ist ja gar nichts mehr jetzt darf ich die nächste Höhle suchen ey soll ich euch mal ein Geschenk machen oh es regnet und wieder aus spielst du jetzt Gott oder was nein ich stehe da ganz oben siehst du nicht stehe da wo was ich bin doch ganz oben ich bin höhere Zelle jetzt sehe ich dich jetzt sehe ich dich nein ich bin höhere Zelle ich kann doch noch höher geben wenn ich möchte bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter bis zur Steinzeit noch drei Steine zurück ok ok düt 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 ich gebe meine Repair 2 der Spiele in ich will hier fertig wer mit diesem blöden blöden scheiß hier warum verzeihe nur ganz kurz oh jetzt 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 fängt er an zu schicken jetzt wird er verzweifelt was kommt jetzt guck mal da rum Gott sagt es soll regnen und es regnet praktisch ich bete dich an du dort oben mit deiner Axt oder was hast du dann oh jetzt nix aber hoppa das war das für einen Frame einbruch ich hatte nichts ich hatte einen Frame an wo aber richtig von 60 ist das mal ganz kurz runter auf 3 runtergegangen ey oh ja das hab ich manchmal auch zwischendurch vor allem bei dem bei einem Aufnehmen ist es verlässig Aaron du müsstest mal das Haupt von außen aus sehen das sieht aus wie ein riesengroßer Block ja ich weiß ja ich weiß ja ich weiß den müssen wir gleich mal abbauen ja ich weiß ja ich weiß den müssen wir gleich mal abbauen okay und runter Aaron hier komm ich Achtung Aaaaaaah Patsch meine Fresse Punkt landen kannst du auch nicht mehr oder? ne neu nicht so wie ich will lalalala 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 und danach ist Dungeons 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 Ich pflanze Bäume ein Rage Rage Toni warum machst du das jetzt? warum musst du das war ich nicht das war ich nicht das war ich wirklich nicht mhm ja sicher ja sicher ja sicher das letzte war es da auch an meinem server zu runde rum geballert guten tag vergisst es die oberste etage ist meine hier anno äh aaron a1300 hier ja don franke don franke ich bin noch nicht fertig macht mal platz da unten aarschbombe ja das ist das ist doch mal ein schöner schöne revue von hier oben oder? ja komm einer springt runter und der andere springt nach wer sich erst wenn der springt hat gewonnen wahrscheinlich fall nicht drauf rein nö 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 das hab ich schon im Konflikt gesagt wer zuerst wenn der springt hat der hat das Spiel genommen dann springen so drei Leute runter hallo Creeper du da unten du Creepel oah ja ey wir sollen uns hier nicht gegenseitig in den Po pimpern das ist ja mal ey aaron ich mach das erstes ich mach das erste ich mach das erste oh man das ist ja mal ich glaube ich kann fliehen alter megalick mega leck mega leck naja aber das kam gerade eben echt geil oder? ich mache mir die Welt wie die Widi wie sie mir gefällt so einmal nach oben da steigt durch mich durch yeah ey du bist der schwarze Mann Lack und Leder mein Freund so muss es sein oh yeah komm ich ja schnuck hier er kommt dann nicht hin so einmal Wand bauen einmal mal warum denn Wand reicht doch hier oder nein wir bauen noch einen zu höher na und dann kommt das Dachgeschoss drauf Wand lang immer an der Wand lang immer an der Wand lang immer ran na toll jetzt würde ich mich da gerade zu spüren so ich baue zwei nach oben weißt du ich baue zwei nach oben ich baue zwei nach unten alter weck mich ich baue ich baue ich baue okay und so mache ich weiter scheiße ich soll gerade den reinschwingen ohohohoho ups ups bums 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 b ha 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 ich was macht was macht ihr da ha ha das sieht zu Porno aus ey warte mal du brauchst noch eine in zu höher und dann kann ich nämlich noch wollen und wenn es so weitergeht habe ich gleich kann was machen neunst du du nicht schaffst fünf vier drei zwei eins null hab ich jetzt auf drei hoch gebaut oder äh ne du hast bis auf eins hoch gebaut ich habe noch acht ne du 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 so ich bin aua so was heißt einmal pennen gehen und dann noch wieder weiter jo ja als erstes machen wir bän 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 aber ich habe diesen Skin habe ich selber erstellt was hast du selber erstellt den Skin achso mit den lauten Augen ich habe doch noch kurz gefunden ich habe doch noch kurz gefunden ups hey hey Mutter du bist mein ich habe nichts ich bin nichts da unten läuft was lang aber ich komme ich komme du hast doch eben sechs sieben acht neun zehn neun 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 da geht es halt eben ein Hand-to-Hand-Combat optimize etwa warte 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 ich möchte euch mal dort herunter ja ich trotz du einfach hier einfach hin spritzen Aaron mit Deine Samen hier die hier umliegen der Koffer hat er gehört zu Händchen Händler ein Komplett kommst du bitte und Enderman ich angucken ich gucke nicht an macht man bitte wir das doch dazu dann gehe und das auch noch I am the bounty hunter oh ne halleluja ich rede nicht vom Furzen ich rede von da willst du wegrennen und bums manchmal explodieren die überhaupt nie dann explodieren die sofort ja sorry die müssen auch mal einfallen lassen der zombie hat ne Eisenschaufel meiner ich habe das Haus wieder reparieren ne ist doch in Ordnung ach ja ähm dann halt einfach mit der Axt I believe I fly ich höre bloß wie du neben mir stürbst und knacks hab lex hab lex ich klopp mich hier mit Zombies aue ich hab doch Pfeile im Kopf und ein Pfeil im Knie ich geh jetzt pennen ich hab keine Lust mehr ich reparier immer noch ganz kurz das Haus prinzen etwas ich hab nämlich kein Holz mehr das hätt ich das gerne gemacht aber Dreck hab ich du hast sowas zum Dreck am Stecken warum so nur weil Leute glauben ich habe sie zugespampt was 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 oh Aaron bitte lass nicht die Clip explodieren ständig danke ich darf am Mist dachte ich hab alle wieder zumachen Wieso machst du die auch zu? brauchst du doch nicht doch weil sonst nicht ja eben ne scheiße aussieht äh dann solltest du vielleicht nicht nach hinten gehen scheiße den hab ich jetzt nicht angeschaut was hat denn der jetzt geklaut? der Enderman der hat das in der Hand wie glaub ich ist denn der verreckt? einmal unten klappen aber wie der stirbt habt ihr wieder eure Samen verteilt hier ist ja echt ja ja das bist du doch auch mal der eh deine Samen verteilt ne 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 ich habe alles eingepackt was ihr habt das ich nie die Sonne geht auf dann brauchen wir nicht mal P Heathane gehen Wollde grad sagen Sonne geht auf da brauchen wir nimmer P discrimination die I am the Monster Hunter sollten vielleicht irgendwann mal sowas wie Economy, Iconomy und ein paar Shops einfügen Nein auch nicht 9 warum ist schon bei der Falle Online Server ist und nicht beim Multiplayer Server vor allem wenn ich dann Fahrer mache und dann so ist sie hier zu gewollt dann mache ich immer ganz gut so und das gesamte Dinge einfach zum Zuckeroflantage und dann habe ich meine zwei Millionen in der Minute auch aber kurz er ist dran? na klar bring Leiber da Jungs wo sah denn der aus? jo du ich brauche dich und deine CD mal ich muss mein Windows wieder auf euch schreiben auf XP hm mein Windows ist schrott weil mein Treiber nicht mit der Windows kompatibel ist das ich nehme XP drauf ich nehme mein XP wieder drauf na wie schaust du mit dir aus? nein ey Aron ja da wollte ich auch nicht sagen ne nächstes Wochenende hast du da Zeit? nö hab ich nie äh scheiße weißt du was ich gerade merke ich hab mein Mikro noch an ja ja merkt aber früh ha 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 oh ne die Wäsche haben wir gesagt wir geht's ein bisschen runter sagen wir mal ein bisschen runter so Aron 1300 mit Brot in der Hand hast du noch mehr Brot? hast du Brot? alter hast du Brot? ey gib mir Brot hier Lauf nie weg gib mir Brot gib mir Brot habt ihr noch ein Brot hingeschmissen Alter wo ist Brot? da ist Brot Bernd da ist Brot mampf 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 kennst du diese Clips von Fanta's Brot in der Nachsendung dann immer? ja ja dieses Nachtdingsbums da ich find das geil die ist geil ja jub wie gesagt denn du kannst nichts zackiger machen absolut gar nichts Alter ich kaufe mir mein fettes XP und dann hol ich mir dies hier und der Jenny Faye oder wie der heißt ja mit welch ja das doch jetzt noch gesagt du machst noch mit ein paar anderen hier noch weil es hattest du vor wieder dann war es ihm wieder Gast zu sein ihr seid schwul jo warum schwul weil es so ist weil es so ist warum machst du das? weil ich es kann das ist die geilste Antwort wenn du irgendeine Scheiße baust warum hast du das gemacht? weil ich es kann das sag ich auch immer so so ein paar warum hast du so verdammt warum hast du dieses Video gemacht? so einfach weil ich es kann jo genau das trifft genauso zu mit meinem Gameplay Video was ich noch hochgeladen habe bevor mein Rechner irgendwie nicht mehr richtig ging keine ahne warum whatever auch ich habe es gehört dass da eine Grafikkarte dran liegen whatever ist mir auch rain jedenfalls Link unten in der Beschreibung was? ich soll es jetzt nur noch unten verlinken du hast es wohl nicht mehr alle hallo wir sind ein paar überlegen du darfst es auch verlinken sonst verlinke ich dir den ganzen Kack auch den du hochladenst echt? ja im Gameplay Video ist ein Link bei mir bei dir unten drinnen wenn es gespeichert beim letzten Mal bevor du abgekackt ist wieder zu deinem Kanal und außerdem habe ich dich bei meinem Kanal als Partner drinnen oh wusste ich gar nicht shit hab ich gar nicht gemacht ich hab dich erst gestern abonniert ich wachte ich hab dich seit dem ersten, seit dem ersten Viertel abonniert ähm Entschuldigung Könnt ihr eure Ehebüro anders hören? ja komm Toni jetzt fendet jeder kann man was vergessen pass auf jetzt hörst du bloß auf wie Skype ausgeht bei dir die Tür aufgeht BUM da brauchte aber schon mal ein bisschen bis sie runterkommt bis sie runterfährt ich wohne im sonnigen Süden von Bayern vielleicht fährt er schon und du weißt es gar nicht ich hab nen Bogen getroppt gekriegt dann gibt er erst einen Zusammenbau und meiner Meinung hat bloß noch ein Zehntel von der Haltbarkeit weißt du was ich hab keinen Bock und grab mich ja durch die Wand durch ok das ist die falsche Ecke zum durchgraben Ares unbeheb